Ein Video in der Reihe in Kürze. Ob es noch andere Videos geben wird? Keine. Weiß ich nicht. Jack the Ripper. Also erst einmal danke an Insolito, dass er sich so sehr an die Fakten hält und mal reinfolge und immer schön alles durcharbeitet. Vielen Dank dafür. Also es geht um Jack the Ripper und was ich da jetzt denke, wer es war oder sein gewesen sein könnte und womit es da ging. Also, Jack the Ripper war ein Serienwörder. Der ja mehrere Prostituierte umgebracht hatte. Dazu gehörte Mary Ann Nichols war eine Prostituierte, verletzte sie am Hals und am Bauch. Sie war auch Alkoholikerin. Dann tötete er Annie Chapman, war auch eine Prostituierte, Kehle durchgeschnitten, Bauch aufgeschnitten und die Innereien waren um den Hals gewickelt. Die Möhrmutter entfernt. Elizabeth Stride oder Stride Halsverletzung Catherine Gesicht entstellt, Halsverletzung Innereien herausgeschnitten, über die Schulter geläht. Und diese, all diese Opfer waren Teil des, Teil der Serie des Jack the Rippers, als er mehrere Prostituierte umgebracht hat. Dann kam es zu kam es zu der Mordung von Mary Jane Kelly. Das Opfer wurde in einem Gebäude getötet. Alle anderen wurden auf der Straße gebracht. Sie wurde sehr brutal umgebracht. Auf Google konnte man sich das Bild angucken, ja, das ist ein Befehl übrig von der Person. Wenn man sich das begann, es war, sie waren noch ein Matschhaufen, die Innereien rausgeschnitten, Brüste abgetrennt, Gesicht entstellt und das Herz fehlte. Und dann kam ja ein George Hutchinson als Zeug und hat gesagt, Kelly wäre auch ein Mann getroffen und Hutchinson beschrieb den Mann so genau, er konnte sogar die Farbe seiner Wimpern nennen und der Mann habe Kelly ein rotes Taschentuch gegeben und wie gesagt, also George Hutchinson war ein Zeuge, der sehr genau als Zeuge den Täter beschreiben konnte, merkwürdigerweise, weil es war Nacht und man so bei Zeugen und Zeugenmaussagen sind immer eh in was fragwürdig. Also man muss Zeugenmaussagen immer vorsichtig gegenüberstehen, weil ja das Gedächtnis ist ja auch beeinflusst durch die Subjektivität und da verändert sich das, was man gesehen hat und deswegen ist es auch so merkwürdig, dass es ihm möglich war, das so genau zu diese Person zu beschreiben, auch weil es Nacht war. Okay, ich werde jetzt euch sagen, was ich denke. Ich denke, dass die ganzen Prostituierten eine Ersatzhandlung waren, nämlich für eine andere Person und zwar ging es Jack the Ripper um Mary Jane Kelly, denn diese Person wurde ja auf extrem brutale Art und Weise umgebracht. die Brutalität ist ein Indiz dafür, dass die beiden Personen sich kennen aufgrund der aufgrund der möglichen emotionalen Verbindung, also starken Verbindung zwischen Mary Jane Kelly und Jack the Ripper und deswegen halte ich es vermutlich, dass George Hutchinson Jack the Ripper war, denn aufgrund der starken Brutalität bedeutet es sich ja an, dass Jack the Ripper und Mary Jane Kelly eine Beziehung hatten und aufgrund der Beziehung war es ihm nicht möglich, Mary Jane Kelly umzubringen, obwohl der der Hass ja auf sie gerichtet war, aber aufgrund dass sie eine Beziehung geführt haben, konnte er es nicht umbringen. Anscheinend war es so eine Hasslibe, oder wie man das auch mal nennt, und aber wie man ja weiß, ist es ja dann doch zu der Tötung gekommen, und zwar sehr brutal, weil ja der ganze Hass von Jack the Ripper tatsächlich auf diese Person gerichtet war, die anderen Personen waren ja, weil er das halt nicht bei ihr machen konnte, eine Ersatzhandlung, und zwar bedurfte es einer äußeren Einwirkung, nämlich eines Streits, denke ich mal. Also es war, der Streit eskalierte so dermaßen, dass sie, vielleicht ist Mary Jane auch eine Frau gewesen, die handgreiflich wurde, wie auch immer, keine Ahnung, vielleicht war sie körperlich gar nicht so schwach, sie war auf jeden Fall interessanterweise auch jünger, das ist auch noch so ein Unterschied zu den Opfern, die Opfer, die Jack the Ripper, also die Prostituierten, die er davor gemacht hat, war eine älter, und Mary Jane war etwas jünger. Und wie gesagt, könnte das sein, dass sie halt beide eine Beziehung geführt haben, aufgrund der Beziehung war es Jack the Ripper nicht möglich, sie einfach so umzubringen, weil er sie ja doch geliebt hat, aber er hat sie auch gleichzeitig gehasst, warum kann ich nicht sagen, und deswegen bedurfte es einem äußeren Einfluss, und zwar den Streit, der dann so eskalierte, dass er sie umgebracht hat, und da der ganze Hass ja eigentlich gegen sie gerichtet war, die anderen Frauen waren Ersatzhandlungen, hat er sie dann so dermaßen umgebracht, und auch in einem Haus, wie gesagt, sie waren ja zusammen, deswegen musste er ja die Person hier auf der Straße aufsuchen, das ist auch mal interessant, dass sie sich gekannt haben, weil es ja im Haus stattfand, und dann, nachdem die Tat gestehen war, lenkte halt George Hutchinson, der ja Jack the Ripper war, die ganze Aufmerksamkeit auf jemand anderes, weil er dann und versuchte, das dadurch zu machen, indem er eine sehr genaue Beschreibung eines möglichen Tatverdächtigen geäußert hat, obwohl die Beschreibung von ihm vielleicht erfunden wurde, deswegen war die auch so genau, weil er ja das, weil er sich ja nicht versuchen musste zu erinnern, sondern er kreierte das selber, deswegen war das so genau, und somit lenkte er dann von sich als eigentlichen Täter, als eigentlichen Jack the Ripper ab und versuchte halt mit dieser Zeugenaussage jemand anders fälschlich zu beschuldigen.